Willkommen in diesem wunderschönen Ford Car Titanium X mit Start-Stop-Technik. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Die Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion sagen Hallo, wenn sie die Zentralverriegelung Fernbedienung betätigen. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und beheizt. Die Scheiben sind rundum getönt, hinten sogar abgedunkelt. Das Lenkrad und der Schaltknauf sind im Leder gearbeitet und sehen besonders schick aus. Zu den schicken 15 Zoll Leichtmetallfelgen gibt es noch ein Reifen-Reparaturset. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Der Fahrersitz ist höhenfeststellbar, die Rückbank geteilt umlegbar. Bei uns gibt es natürlich Fußmatten dazu, gratis. Die Klimaanlage mit Umluftschaltung sorgt für Wohlbehagen. Das CD-Radio ist MP3-fähig und hat einen externen Augsanschluss. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosfilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Das Start-Stopp-System dieses Car spart echten Sprit. Ebenso die Schaltempfehlungsanzeige. Mit diesem pfiffigen Car sind Sie überall gern gesehen. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Car zwei Jahre Garantie. Europaweit. Verlängerbar auf bis zu fünf Jahre. Schauen Sie vorbei und fahren Sie ihn einfach mal Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des Wismar Untertitelung des ZDF, 2020